Moin, Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Pausenmalador. Letzte Folge haben wir hier erfolgreich die Fläche da betoniert und ganz viel Kies verteilt. Jetzt müssen wir die Fläche theoretisch asphaltieren und verdichten, müssen aber auch noch hier so Bremssystemelemente holen. Zwei Pakete. Ich würde sagen, das machen wir zuerst, nachdem wir eine Kaffeepause gemacht haben, ganz klar. So, jetzt nehme ich auch wieder was und hole jetzt mal den MAN Zugmaschinen LKW, weil ich denke mal, die Dinger sind etwas größer, wie man ja sieht, auf den Abbildungen da. Die steht nämlich wunderbar breit mit Auflieger und so. Also hoffe ich mal, dass das Navi zum Bauhof führt. Und wir dort die Paletten abholen können. Und hoffe halt mal, dass die nicht für Mobilkran jetzt explizit gedacht sind, sondern man die auch mit diesem LKW hier, also mit dem Kran hier, aufladen kann. Aber müssen wir mal gucken. Ja, rote Ampel, egal. Wunderbar. Ja, genau. Außerdem ist letzte Woche ein Updating erschienen, wo einen neuen Radbagger mit reinbringt. Also ein Bagger, der auf Rädern fährt, wenn man sich denken kann. Und ein neuer saisonaler Auftrag. Ungefähr so ähnlich wie die Strandbar. So ein Pavillon ging es irgendwas. Ist das Navi, ist wunderbar, sehe ich gerade. Dreh mal einmal im Kreis. Also wie so eine Strandbar, irgendwie so ein Strandpavillon, irgendwas kann man da bauen. Ich sage genauso wie die Eventbühne, nur bis Ende August zur Verfügung. Somit müsste man dann die direkt demnächst dann machen. Ich gucke mal, vielleicht wenn wir die Landbahn fertig haben, die wir ja demnächst fertig haben. Sind ja schon bei 83 Prozent. Dass man dann vielleicht erst mal das Strandpavillon machen, dass wir den saisonalen Auftrag da durch haben. Und dann geht es dem Flughafen weiter. So, denke ich, wird der Plan sein, nachdem ich endlich den Weg gefunden habe, wo ich hin muss. Ach doch, wieso schon nett? Perfekt. Hei, 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 hei. Scheiß, na, wieder. Naja, jetzt sehen wir uns am Bauhof, wie der, fahrt und nicht noch weiter raus. Und da wären wir auch schon am Bauhof angekommen. Ganz einfache Strecke hierher. Riesen-Einfahrt und... Na, gut. Gut, wo sind denn die schon Paletten da vorne? Ja, ich denke mal, die sollte da gar nicht hinkriegen, oder? Ach, warte mal, ich muss abkoppeln. Oder ich probiere mal, ob vielleicht das Update was gehoben wurde. Weee, ich kann nutzen. Alter Schwede. Sie haben es behoben, endlich. Alter Schwede, ey. Wohl doch mal Zeit jetzt, nach einem Jahr. Okay. Dann setzen wir die Dinger da drauf. Schön, gerade. Genau. Naja, mittig sind sie nett, aber okay. Komm. Mittig geht auch gerade nicht. Aber gut. So, wunderbar geladen. Dann stellen wir mal ein Navi rein. Das ist eigentlich eine ganz einfache Strecke. Und dann bringen wir das nochmal dahin, zum Flughafen. So, das sind wir auch schon am Flughafen wieder angelangt. Stellen wir den gerade vorne neben dran. Sollte das Ding für den Mobilkran kein Problem sein, oder? Ja, das soll da hinkommen. Denke ich schon. Dann werden wir wahrscheinlich die Asphaltmaschine holen. Und, äh, die Walze noch. Also, ich hoffe mal, dass der gerade reicht. Ja, doch, der reicht. Wunderbar. Na komm, hängt dran. Zack. Sollte man noch absolut kein Problem, äh, kein Plan, was das eigentlich ist hier. Bremssystemelemente. Aber vielleicht, wenn man sie gleich sieht. Äh, markiert einen Bereich. Wer hätte es gedacht? Jetzt fahren wir zwei Meter zurück. Und, äh, ja, das habe ich mir eben auch schon gedacht. Ich muss die Dinger setzen, oder? Geht den Bereich räumen, ist der gerade jetzt? Äh, äh, okay. Jetzt müssen wir den Rest setzen. Was denn das? Hä, das ist aber ein Betonblatt. Ich habe absolut keinen Plan. Gut, jetzt setzen wir die Dinger halt. Musik Jetzt beladen wir noch rein. Und dann sehen wir mal weiter, was wir hier jetzt, ne? Das war es jetzt erstmal. Alles klar. Ja, dass wir den Publikan gerade zu stehen. Und holen wir jetzt mal die Asphaltmaschine. Natürlich ist es nicht hier. Also eingelagert ist. Jetzt können wir den Einlager. Das man den Auslagern kann. Nee. Die ist nicht eingelagert. Bin nicht blöd. Alle Geräte sind da. Und so muss ich nichts auslagern. Oder so. Alter, Schwede. Blind wie Fisches Deckel. So. Und fachen wir mal ganz geschwind darüber. Ah doch, jetzt gibt's, jetzt gibt's ganz. Ja, sehr gut. Nein, falsch. Klappt mal den Spaß aus. Und stelle dich so hin. Ja, da noch ein bisschen was drin ist, können wir schon mal loslegen. Also würde ich sagen, ausvertiert man den ganzen Spaß hier. Klar muss ich den LKW dann noch holen. Und waltend tun wir das auch noch direkt. Also, in was geht's. Ja, da noch ein bisschen was drin ist. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und dann haben wir jetzt auch gleich dann das verdichten fertig. Sehr schön. So, ähm, da ich gerade sehe, dass wir oben schon zu 99% fertig sind, setze ich die Walzkammer eingestellt. Äh, ich fahre sie zur Seite. Hier stehen hunderte Maschinen. Also jetzt fahre ich die auch gerade nur zur Seite. So, dass wir aus dem Bereich raus sind. So, wunderbar. Dann haben wir noch den Asphaltier LKW, den ich halt nur einmal benutzt habe, weil es am Asphaltieren. Alter, ich hätte nur 50 Mal fahren müssen mit dem Kram, also mache ich es lieber so voll. Und dann ist gut. Äh, Bagger noch. Der muss noch 2 Meter zurück. Und dann wird die komplette Landebahn bis hinten durch fertig sein. So wie ich es letztens schon vermutet habe, dass da noch ein Riesenteil dazu kommt. So, die Maschine ist noch im Weg. So, und bumm. Ach ne, sind nur ein paar Häuser weg. Hä, wa, wa, wa. Also, ja, der Teil, den ich eben gemacht habe, ist jetzt fertig. Hier stehen die Maschinen hier vorne noch ein bisschen im Weg. Ich hoffe mal, dass dein Mobilkran nur... Eigentlich kann ich nicht zusammenklappen. Lass uns das mal noch stehen. Und der Radlader ist noch im Weg. Ach so, weil die Zufahrtstraße hier auch noch gemacht wird, oder was? Also, der ist dann gleich... Die Landebahn ist dann gleich komplett fertig. Ja, das wird dann manchmal ein Notbremsbereich sein, oder was? Au, danke. Wofür bin ich jetzt am Weg gefahren? Für nix. So, liebe Ingenieurin. Was geht denn so ab? Wir werden mal da so Feierabend machen hier. Gute Arbeit. Danke. Damit wäre der erste Teil der Landebahn fertig. Der erste Teil. Dieses Bremssystem muss auf beiden Seiten der Landebahn integriert werden. Wow. Ihr seid also noch nicht ganz fertig. Normalerweise stoppt dieses System größere Maschinen, wenn sie bei der Landebahn zu schnell sind. Aber auch bei den kleinen Sportmaschinen, die hier zum Einsatz kommen, ist das Thema Sicherheit und Kontrolle nicht zu unterschätzen. Das ist klar. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Landebahn. Auf der anderen Seite der Welt. Auf der schwarzen Seite und dunklen Seite. Alles klar. Warte, ich gehe kurz 2 Meter zurück. Ende war in Teil 1. Abgeschlossen. Schwebt es ein Haus da vorne oder täuscht das? Also sind das wirklich so Bremsdinger, wo ich mir schon gedacht habe, ja. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Alles gerne, ein Like, ein Abo da. Wenn es euch gefallen haben sollte. Und ihr nicht verpassen wollt, wie ihr mal den Flughafen weiterbauen. Denn nächste Folge macht man den Flughafen weiter. Da hinten. Und ja. Wenn das dann abgeschlossen ist, dass die Landebahn komplett fertig ist, dann kommt das saisonale Event mit dem Stranddingster. Also, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.